Okay, let's go! Und zwar in Destiny 2, Xur. Xur befindet sich diese Woche auf Nessus. Er hat dabei für uns Scharlach. Auf jeden Fall, wenn jetzt Eisenbahner aktiv ist, könnt ihr das gerne benutzen. Ist ein böses Viech. Dann haben wir noch die Zwillingsna, ausreichend sorgt für Desorientierung, bla bla bla. Dann haben wir noch Helm des 14. Heilingen. Wenn ihr eine Bubble macht, werden den Gegner irritiert. Und dann haben wir noch die Krone. Akkus-Schreck, Todesschlüsse laden den Akkus-Fälligkeiten nach. Dann haben wir noch die alten Waffen. Die switch ich euch einmal durch, damit ihr die Perks sehen könnt. Und auf der nächsten Seite haben wir die Falkenmond. Diese Woche mit Messsucher. Auch gut für PvP. und Eisenbahner. Dann bedanke ich mich für's Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer DJ.